Martha Rosler stellt sich in ihrem Video als Hausfrau dar. Sie hält eine Tafel in die Kamera. Eigentlich ist es der Unterboden eines Küchentabletts. Darauf steht der Titel zu lesen. Semiotics of the Kitchen. Die Semiotik ist die Zeichenlehre, die damals in Mode kommt. Sie entwickelt ein Interesse an den gewöhnlichen Dingen, an Mode, Werbung und den scheinbar unbedeutenden Ritualen der Lebenswelt. Doch wer Zeichen und Handlungen des Alltags genau beobachtet, wird in ihnen die Verdichtung kultureller Ordnungen entdecken. Rosler lässt uns das spüren, indem sie anfänglich nichts tut, nur die Erwartung steigert. Würden wir ihre Augen nicht zwinkend sehen, wir würden an ein schlecht belichtetes Standbild denken. Rosler sieht sich als Teil des Cheap Media Movement, ein künstlerischer Gegenentwurf zu Hollywood. Dafür wählt sie eine schlichte Küche in einem stickigen Loft als Setting. Allmählich weicht die fix montierte Kamera zurück. Links kommt ein Radio zum Vorschein. Darunter eine Kaffeedose, eine metallisch splitzende Rührschüssel und eine Teekanne. Im Vordergrund wird ein Tisch sichtbar. Auf ihm ausgebreitet einige Küchengeräte. Die Dinge sind wie in einem Stillleben dargeboten. Nacheinander ergreift sie die Utensilien eine erkennbare Anspielung auf die Kochshows im Fernsehen. Rosler legt das Tablett zur Seite und schlüpft in eine Schürze. Sie rezitiert Apron, Bowl, Chopper. Sie sagt die Wörter ohne Artikel, dekliniert sie wie Begriffe aus einem Lexikon, scharf artikuliert und verdinglicht. Keineswegs folgen sie einem Rezept. Auch gibt es keine Zutaten. Vielmehr, das wird alsbald deutlich, folgt sie einer alphabetischen Reihe. Danach scheint sie die Küchenbehelfe akustisch zu testen. Roslers Umgang mit den Geräten wird grob. Mit einem Hackbeil schlägt sie in die Schüssel wie ein Kleinkind. Sie lärmt und hämmert. Zu dem Begriff Fork, Gabel, sticht sie auf ein imaginäres Stück Fleisch ein. Danach klappert sie mit einer Presse für Sandwiches, quetscht eine gedachte Frucht aus und backt den Griff eines Küchenmessers. Ungelenk fuchtelt sie mit der Klinge, wie in spontaner Erregung oder unterdrückter Mordlust. Danach folgen Nussknacker, Dosenöffner und ein Nudelholz. Die harmlosen Geräte sind Anreiz zur Aggressionsabfuhr. Das Ganze geht bis zu Tenderizer, dem Fleischklopfer, einem besonders bedrohlichen Küchengerät. Die letzten fünf Buchstaben von U bis Y stellt Rosler mit Messer und Gabel in den Händen nach. Sie gestikuliert wie ein Fluglotse. Für das Z schließlich zerschneidet sie die Luft, als wäre sie Zorro. Danach legt sie das Besteck zur Seite, verschränkt die Arme und macht eine gleichgültige Bewegung. Es ist der Gebrauch der Dinge, den sie anzeigt. Mehr aber noch ihr Missbrauch. Ihr Video ist eine Satire auf das Influencing, lange bevor es den Begriff und die Vorstellung dafür gibt. Rosler geht es um eine Zeichenlehre der Küche, um die Verdrängung der Frau dorthin, sicherlich um häusliche Gewalt, von der wir hören, dass sie in diesen Tagen der Vereinsamung und Isolation gefährlich zunimmt.